Naja, das war also völlig anders als das bei uns war. Ich war dann in einer Jury und dann steckten die wir hier in Fuffirin, dann in Fuffirin, die anderen mit der Nummer drauf, die ich bewerten sollte. Danach habe ich gesagt, nee, Schluss. Dann fang mal an. Ich fange an jetzt. Ich bin heiß. Ja, also ich habe heute einen ganz netten Gast hier an meiner Seite, Michael Umlauf. Der ist nicht nur sehr erfolgreiche Unternehmer gewesen, sondern auch noch Weinbauer. Sagt man doch so, oder? Weinanbauer oder Weinbauer? Naja, ist egal. Ist egal. Also und hat sogar einen Wein mitgebracht von seinem eigenen Wein. Das ist ein Lustwein, weil er nämlich einfach Lust hatte, Wein zu machen, nehme ich an. Ist das so? Ja, genau so. Hat nichts mit dir irgendwelchen Anzüglichen. Nee, ich habe da so eine Fläche gekriegt und habe gedacht, das lohnt sich. Ja. Und wie viel, wie viel? 300 Reben. 300 Reben. Wie hängen da eigentlich so Trauben dran in so einem Ding? Na, wie viel Trauben kann man nicht sagen? Man sagt pro Rebe wenigstens ein Kilo. Ah ja. Und da ist das viel Arbeit eigentlich? Na, er muss, also der Wein macht eigentlich nicht so viel Arbeit. Naja, er muss im Frühjahr ja richtig geschnitten werden. Ja, das ist das Wichtigste, eigentlich das Allerwichtigste, dass dann auch was rauskommt. Und dann muss zwischen den Reben eben mal im Monat gemäht werden, dann folgen wir einen Trecker lang. Ja. Also das ist auch nicht schlimm. Ja. Also mit so einem kleinen, so einem Hasentrecker. Ja. Ja, und dann hat man eigentlich nicht viel zu tun. Ja. Dann muss ab und zu noch mal angebunden werden, wenn die zu sehr runterhängen. Mhm. Und die Blätter abgemacht werden vielleicht? Nee, nee. Nee. Die müssen nicht abgemacht werden. Das bleibt also einfach alles, bevor er treibt. Ah ja. In der Mitte steht der Stamm. Rechts und links gehen an den Ast raus. An jedem Ast sind vier Ösen, also vier Reben, die da rauskommen. Ah ja. Und die wachsen dann und die kriegen dann so. Da muss man die auch ein bisschen so zwischen den Drähten langstehen und mit anbinden hier, mit Folien. Ah ja. Und es ist ja, aber wir sind ja hier in Brandenburg, recht hochgelegt, wo immer alle sagen, na ja, da die richtig guten Weine sind im Süden. Aber das kann man jetzt auch nicht so sagen. Das ist nicht mehr so. Nee. Weil es so warm geworden ist oder was? Also das liegt gar nicht so daran. Die haben ja in Rattei auch schon Wein vor dem Krieg gehabt. Ja. Naja. Und dass sie das dann nicht so intensiviert haben. Und Rattei liegt bei Prenzlau. Ja. Zwischen Woldeck und Prenzlau. Ja. Welches Glas möchtest du? Ja. Ja. Dann Prost. Schön, dass du da bist. Ja. Gerne. Nicht schlecht. Schön fruchtig, wa? Ja. Wann ist der von? 22. 22 ist der. Achso. Und dann gibst du die die Trauben oder die gibst du ab dann zum? Ich bring die. Also wir haben am Sonnabend gelesen, haben das alles in Kisten, also so Luftkisten gepackt und gleich ins Auto rein. Und Montag bin ich mit dem Auto und mit dem Kumpel nach Rattei gefahren. War ich um halb eins da. Um eins haben wir ausgeladen. Da hat er mit uns noch eine Führung gemacht, der Weinschäfter. Und die haben von 35 Hektar auf 175 Hektar aufgestockt. Ach, das ist aber viel. Das ist ja in Sachsen gibt es bloß 500 Hektar. Das ist unglaublich. Ja. Und die sind noch nicht fertig. Ja. Die haben ein riesen Gebäude gebaut, wo riesen Fässer drinstehen, wo da alles rein kommt. Und dann machen sie eben auch Schnaps und auch Bier. Naja. Also alles Mögliche. Es ist unwahrscheinlich, wie sich das entwickelt hat. Als ich da das erste Mal hingekommen, das ist jetzt zehn Jahre ungefähr her, da hörte noch zwei aus Hannover kamen die, glaube ich, die das gekauft hatten. Und da waren, da wird alles so, wie es früher war. Die 25 Hektar, der Wein, aber alles klein, klein, klein. Und jetzt brauchen die da unheimlich. Wahnsinn. Und wo bist du eigentlich geboren? In Berlin. In Berlin. In welchem Stadtbezirk? Prenzlauer Berg. Prenzlauer Berg. Und dann bist du Friseur geworden. Warum bist du Friseur geworden? Durch Zufall. Wie durch Zufall? Mein Vater hat im Kalivier gearbeitet. Der war da Kellner. Und auf der Etage. Und da hat er den Direktor von der AEG kennengelernt. Und ich wollte eigentlich Elektroingenieur werden. Ach so. So was ganz anderes. Ja. Und dann hat er mir da, hat er gefragt, ob er mich mal hinschicken kann. Dann bin ich da hingekommen, hat er sich die Unterlagen angesehen. Ja, ja, sagt, das ist in Ordnung. Und dann habe ich von dem nichts mehr gehört. Und dann habe ich meinen Vater dann nochmal bei ihm angerufen. Und da hat er das verjessen. Ach so. Dann war die Stelle weg. Dann habe ich es bei uns versucht. Aber das war alles nichts. Und dann hat meine Eltern mal zu Silvester einen Ehepaar kennengelernt, wo der Mann Friseur-Meister im Prenzlauer Berg war. Und der war Chef vom Prenzlauer Berg, also Obermeister für den Prenzlauer Berg. Und seine Frau, die war beim Konsum, die hat mich hier dann überall so hingeschickt. Aber das war auch... War nichts. Und dann hat er gesagt, Mensch, der wird doch vor sehr, hast du morgen eine Lehrstelle. Ach so. Dann ist er abends, am Wochenende, abends mit mir zum Schaufrisieren gegangen. Da war ein Schaufrisier-Salber für dich sein. Und da habe ich das gesehen. Und da habe ich gedacht, na Mann, hier kannst du dich ja profilieren. Und dann hat er mir eine Lehrstelle besorgt. Da hat er mich erst zu Kregler, der ist dann abgehauen. Und dann war ich bei Gerd Gerlach am Königstor. Da habe ich ausgelernt. Und ein halbes Jahr später bin ich dann, oder ein Jahr später, bin ich dann in die Pasteurstraße gegangen und habe den Laden übernommen. Ah ja. Da bist du dann noch ganz jung, oder? Ja, 20. Mit 20 habe ich nur zehn Mitarbeitern gearbeitet. Ist ja auch Wahnsinn. Ja, war schön. War eine schöne Zeit. Hast du dir zugetraut auch so? Ja, ja, ja. Ich meine, man braucht ja auch ein bisschen Kunstbedarf dafür. Also, 1964, da war ich dann schon Fachgruppenmeister, wurde 1964 erst mal Berliner Meister. Und na ja, da hat sich das dann natürlich, die haben sich dann natürlich auch ein bisschen zurückgenommen, die Mädels. Und ich kann auch gut mit Frauen umgehen, also war kein Problem. Naja, da gab es ja nur Frauen. Ja, ja. Da warst du der einzige Friseur? Ja, ja. Zwei Herren Friseure waren noch. Ja. Aber die waren schon 60. Naja. Die sind dann auch nach und nach. Naja. Und dann hast du große Karriere gemacht? Naja, im Osten war ich dreimal Berliner Meister, zweimal, einmal Deutscher Meister, einmal, da hieß es noch Deutscher Meister, einmal DDR Meister. Und dann wurde ich Chef, der Cheftrainer bei der Nationalmannschaft. Nee, erst kam ich in die Nationalmannschaft rein. Ja. Dann war ich bis 75 in der Nationalmannschaft. Und wir haben jedes Jahr in einem anderen sozialistischen Land einen Wettbewerb berührt. Den habe ich zweimal gewonnen. Drei, vier Mal war ich zweiter, dritter. Also ich war immer vorne mit bei. Und dann habe ich damit aufgehört und wurde Trainer der Nationalmannschaft für DDR. Aha. Und dann habe ich die fünf Leute, die da drin waren, mit dem Team zusammen trainiert für diese Meisterschaften. Und was trainiert man da alles? Haare schneiden? Das hätte ich mir schon fast gedacht. Also eine kurze Frisur, die meistens mit Schnitt war. Ja. Dann eine Abendfrisur. Und dann eine Kunstfrisur mit Haarteilen und Ersatzteilen. Also die so sehr gewaltig war. So mit Blumen drin und so. Ja, alles möglich. Oder so was. Alles möglich. Und was war das Verrückteste, was du gemacht hast? Das Verrückteste kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Gibt es nicht. Nee. Also ich war immer sehr ausgefallen und deswegen habe ich da auch zweimal gewonnen. Achso. Hast du auch die, hast du auch die, ach nee, hast du nicht, bestimmt nicht. Von Dagmar Frederik hast du nicht erfunden, die Frisur. Nee. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wie die Frisur war. Ich habe viele Tagesfrisuren, also so Modefrisuren. Dann kam mir dann, der nächste Punkt war dann Nationalmannschaft. Und das war ab 75 und ab 79 kam ich entwicklungskollektiv für Frisurenmode. Achso. Das gab es. Achso. Entwicklungskollektiv. Und ich war der eine, also da waren nur ein, zwei Private. Alles andere war PGH. Und von den PGH war immer einer Chef. Und ich war immer der zweite Chef. Aber ich habe eigentlich, haben die immer das gemacht, würde ich gesagt. Ja. Du hattest ja den Laden dann. Ja. Gab es nicht, war das ein privater Laden? Ja, ja. Und gab es da bei den Friseuren nicht diese, Anfang der 70er haben sie doch diese ganzen Entprivatisierungen gemacht. Nee, 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 nee. Und die ganzen Bäckermeister zugemacht. Oder die Kuhferspring. Nee, 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 nee. Haben sie nicht gemacht bei den Friseuren. Nee. Es gab ja jede Menge, in jedem Stadtbezirk, sie gab es wenigstens eine GmbH. Ja. Und, äh, nicht GmbH, PGH. PGH. Und, und, äh, naja, die kannte ich alle, die Chefs, mich haben so eine Ruhe, weil ich eben auch so hoch angebunden war. Ja, ja. Und dann habt, konntet ihr dann auch in den Westen fahren? Nee, nee, das durftest du nicht als Nationalmannschaft? Nein, nein, nein. Die sind einmal nach Kuba geflogen, und da durfte ich nicht mit, weil die in Kanada zwischen gelandet sind. Haben sie mich nicht mitgelassen. Ach so. Da hatten sie Schiss, ich bleib drüben. Ach so. Aber, hätte ich nie gemacht. Ja. Mir ging's gut. Ja. Ich konnte mich nicht beklagen. Und wann bist du dann hier nach Mariental gezogen? Ich hatte zuerst, äh, mir ein Wochenendhaus an der Havel in Oranieburg gekauft, etwa 68. Und, da kam dann, äh, da war erst rings eine riesengroße Heidefläche und alles frei. Mhm. Und dann haben die da angefangen zu bauen. Und, das kam immer dichter, und hab mir gedacht, hier musst du weg. Mhm. Und dann hatte ich da, äh, Freunde, das war so ein Stützpunkt von der GSC, die hatten da auf so einer Insel, so ein Lager und Boote und alles mögliche. Und, äh, die Frau war beim Finanzamt in Oranieburg und die kannte Jötze und die Welt, und die hat mir diese Gottschick übersetzt. Beziehung eben, ne? Ja? War ja alles überbeziehung. Dann sind wir mit dem Boot hier das erste Mal vorbeigefahren und dann hab ich gedacht, na, also, das musst du haben. Mhm. Dann hab ich gekämpft, drei Monate. Und nach drei Monaten hat er dann gesagt, ja, ist okay, Christoph. Ah, schön. Und seitdem bist du hier? Ja. Da gab's eigentlich, äh, ich kann mich erinnern, meine Mutter hat dann immer, die war dann immer ganz glücklich, wenn sie, die war nämlich um, hat mal beim Friseur gearbeitet als, äh, also nicht als Friseuse, sondern so als Haarwässerin. Ja. Es gab ja Hilfskräfte. Hilfskräfte, ja. Und dann hat sie immer, die war immer ganz glücklich, wenn sie mal ein Haarspray aus dem Westen gekriegt hat oder so. Habt ihr auch so Zeug gekriegt bei euch für die Friseurläden oder irgend so was? Nee. Nee. Ich war außerdem noch im Vorstand der Einkaufs- und Lieferhinassenschaft. Mhm. Und alles, was knapp war, habe ich gekriegt. Ach so. Und du warst quasi immer überall dort, wo es was war. Ja. Und konntest du dann auch, äh, ich meine, ja, du hast, ja, weil DDR war ja so geben und nehmen. Ja. Und da warst du ganz vorne dran. Natürlich. Bei mir haben je, also ab, sagen wir mal so ab 82, 81, 82, haben bei mir jeden Morgen 100, 150 Mädchen vor der Tür gestanden wollten zu mir. Weil du so bist. Ja. Weil wir ohne Anmeldung gearbeitet haben, weil das mit Anmeldung ja nicht ging. Mhm. Und, und. Und habt ihr, was habt ihr da für Schnitte gemacht? Schon diese Pump-Dinger? Ja. Alles, was es gibt. Haarteile, Barücken, Haarschnitte, die verrücktesten, was also so gerade international aktuell war. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Dann haben wir 40 reingelassen und der Rest musste wieder gehen. Ach so. Und die haben dann gewartet den ganzen Tag, oder was? Nee, die haben bis Mittag, haben wir die raus. Ach ja. Dann habt ihr zugemacht. Nur 10 Mann? Dann kam die nächste Runde. Naja. Wir haben 3 Runden gemacht. Naja. Und dann hast du aber nur das eine Geschäft gehabt? Ja, die ganze Zeit? Mehr gab's dann nicht. Ach so. Einen Laden, 10 Mann. Ja. Nicht einen mehr. Ach so. Und war Grenze. Grenze. Ah ja. Und als die Wende kam? Hast du gesagt jetzt? Als die Wende kam, bin ich mit der Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nach Amsterdam gefahren. Mhm. Und naja, das war also völlig anders als das bei uns war. Ich war dann in einer Jury und dann steckten die wir hier in Fuffi rinnen, dann in Fuffi rinnen, die anderen mit der Nummer drauf, die ich bewerten sollte. Ja. Danach habe ich gesagt, nee, Schluss. Das war nicht. Einmal und nie wieder mit der Nationalmannschaft habe ich aufgehört. Dann wurde das ja auch Deutschland. Mhm. Und dann fiel ja diese Nationalmannschaft auch sowieso nach einem Jahr weg. Und ich habe dann da nichts mehr gemacht. Und habe dann überlegt, was machst du jetzt? Naja, dann baust du jetzt mal größere Geschäfte. Ein Imperium. Dann habe ich den ersten Laden im Palasthotel gemacht. Den haben wir Weihnachten eröffnet. Dann kam der zweite Laden im Granhotel. Mhm. Den haben wir am nächsten Sommer eröffnet. So. Und naja, dann hatte ich 50 Mitarbeiter, 60 Mitarbeiter. Und habe natürlich dasselbe, was ich vorher mit der Nationalmannschaft gemacht habe, mit meinen Mitarbeitern gemacht. Jeden Dienstag war Übungsabend. Ah ja. Und einmal, zweimal im Jahr habe ich eine eigene Mode vorgestellt, die wir selbst gemacht haben. Zuerst so ein Palasthotel. Später, nachher in größeren Sälen. Mhm. Wir waren ja dann zum Schluss haben wir 250 Mitarbeiter. Wahnsinn. In allen größeren Städten in der DDR hatte ich drei Geschäfte. Ein Umlauf, ein Umlauf light, wird ein 10 Euro lang. Und dann, aber da hast du ja wirklich, das ist ja dann richtig. Wir waren ja 45 Geschäfte. Wahnsinn. Ich hatte eine Frau, die sehr fit war. Ja. Die auch deutlich jünger war, aber die tough war. Und die auch eine unheimliche Stärke hatte, die konnte unheimlich mit Mitarbeitern umgehen. Ja. Das war die größte Stärke. Ja. Und dann sind wir einen Monat billig hingefahren. Nächstes Mal, dass sie hingefahren. So haben wir uns ja nochmal abgewechselt. Aber du hast eben dann schon, wenn ich so aus deinen Erzählungen heraushöre, den größten Wert auf Qualität gelegt. Ja, ja. Das war so wichtig. Oder? Die Umlaufgeschäfte waren die teuersten. Mhm. Und da waren die besten drin. Die Umlauf light waren schon eine Nummer kleiner. Mhm. Und 10 Euro, naja, da kam jeder rum. Ja. Muss man da selber auch viel immer lernen, wenn man jetzt zeigen muss? Ja, man muss ständig an sich arbeiten. Ich habe ja jedes Jahr zwei eigene Mode rausgebracht. Ja. Und ich habe ja auch während der ganzen Zeit immer noch zwei Tage in der Woche im Laden gearbeitet. Von morgens bis abends 10 Kunden. Ja. Und da kannst du dir jetzt deinen verdienten Urstand leisten. Nee, aber das ist ja dann nicht Prost, darauf trinken wir mal eher. Und da hat er sich gesagt, na jetzt habe ich keine Mitarbeiter mehr, jetzt nehme ich mehr Wein. Nee, es kam dann, ich habe immer mit 10 Geschäften eine GmbH gemacht. Ja. Und immer mit einem aus diesen Salons einen Geschäftsführer mit bei. Und die habe ich dann langsam sicher abgegeben. Ja. Und habe mich von meiner Frau getrennt. Das war der Hauptgrund. Weil alleine war das ja nicht zu machen. Und dann hast du gesagt, Schlöss. Ja, seitdem bin ich hier draußen. Ja. Ja. Bist du was essen? Ja, klar. Ja, nochmal. Irgendwas? Ja. Das sind auch von heute. Aber so ist es nicht. Ich hatte mir vorher noch ein bisschen Bildmaterial eingesteckt. Soll ich das noch rein holen? Ja. Das können wir noch mitdrehen. Ja. Nach das Mal oder nach? Weil das ist super. Hast du ein paar Frisuren dabei? Ja, ja. Ja, herrlich. Ich bin da schon gespannt, wie das aussieht. Wirklich. Weil du wirst, der Friseur ist bei mir nie so angesagt. Ich will es gar nicht, weil ich das war. Letztes Mal beim Friseur war. Ich sagte meiner Frau, kannst du die Spitzen ein bisschen machen und dann ist gut. Die meisten können das nämlich nicht mit den Spitzen bei den langen Haaren. Die schneiden dir zu viel ab. Die schneiden dir zu viel ab. Oder machen es nass und schneiden dann die Spitzen ein. Eigentlich muss man es, was ich schneide, immer im Trocknen. Ist das in Ordnung? Ja, klar. Ich frage den Meister hier. Der ist am besten wehs. Unglaublich. Früher wurde nur nass geschnitten. Ich kann dir die Bilder mal holen. Ja. Früher wurde nur nass geschnitten. Aber mit dem Trocknen schneiden, das wird bestimmt nur seit 10 Jahren. Ah ja. Oh Gott, helfen oder so? Ich geh hier durch. Ich bin gleich wieder da. Bilder holen. Ist auch nicht schlecht. Der Micha muss schnell Bilder holen. Der andere Micha kann in der Zwischenzeit ein bisschen essen. Der Wein schmeckt wirklich gut. Habe ich nicht gedacht, dass der so gut schmeckt. Deshalb nehme ich mir jetzt einen kleinen Schluck. Ich merke das gar nicht. Es gab mal eine Sendung von Harald Schmidt. Da hat der 25 Minuten nur Abendbrot gegessen. Nur mit Gürkchen und sowas. Das ist die Zukunft. Wir werden nur noch essen und gar kein Gespräch mehr führen. Und Gürkchen haben wir nämlich auch da. Darauf freue ich mich schon. Entspannt sitzen, essen. Das macht man viel zu wenig. Einfach nur in die Luft gucken. Und eine kleine Gurke essen. Herrlich. Nicht schlecht. Jetzt kommt er. Ich bin gespannt. Ich habe nur so einen Tag ausgesucht. Na ja. Na ja. Ist doch immer schön. Gerade wenn man so eine Kunst, ist ja eigentlich auch eine Kunst. Ja. Ist ja nicht jetzt bloß, wir schnippeln mal ein bisschen rum. Nein, nein, nein. Sondern es ist schon ein bisschen mehr. Ja. So, fangen wir mal hier mit an. Etwa ein Pokal frisieren in Prag. Ach, in Prag. Poha Bratelstvi. Hier. Kureb Truspi. Freundschaftspokal. Ja. Da könnte man noch Russisch. Sprechen. Ah ja. Oh ja. Das ist ja richtig. Auf jede Mannschaft waren so zwölf Mann. Ja. Damen und Herrenvorsörer. Das ist ja hier. Das ist ganz schick. Alles. Wo bist denn du? Nee, ich habe keine Brille bei dir. Ach so. Ich guck mal. Ich wollte die Brille mitnehmen können aus dem Auto. Müsste noch mal rausgehen? Nee. Nee. Das esse ich erst mal auf. Ach, und jetzt hier sitzen sie alle. Ja, das ist der Wettbewerb. Ja. Oh, ist ja irre. Und da haben die Leute einfach zugeguckt die ganze Zeit. Saßen da? Da waren dreitausend Friseure drin. Dreitausend Friseure? In der Luzerner Halle. Ja. Ach das? Hier ist er. Da waren sogar hier Koreaner dabei oder was? Vietnamesen. Vietnamesen. Und Mongolen. Ah ja. Na, Mongolei war ich auch. Ja? Ula Mbato. Ja? Ja. Da war auch ein Pokal. Ja. Ich freue mich, dass du gekommen bist übrigens. Ja, das ist ja superständig. Also es ist spannend. Wenn ich jetzt das ganze Buch durchplätze, es sind auch 30 Minuten rum. Und jetzt, dann sind sie hier. Wollen wir mal wie Modenschau. Dann kommt die Siegerehrung. Die Siegerehrung. Borja Pratelste. Brat 1974. Ja. Genau. Hier. Da ist er. Hast einen Preis gekriegt, wa? Ja, ja. Na klar. Es war mir klar, dass du gewonnen hast. Du scheinst dir alles gewonnen zu haben in deinem Leben. Nö. Nicht alles. Auch mit den, mit den, mit diesen, äh, war ja damals so modern. Mit diesen. Lange Koteletten. Lange Koteletten. Ja. Herrlich. Herrlich. Das waren Zeiten, wa? Ja. SSR. Ne, die dort wurden nicht zeichnet. So war das in jedem, in jedem der sieben Länder. Ja. In meinem Jahr. Machen wir erst. Hier haben wir noch ein paar Zeitungsartikel. Mhm. Hier. Pass auf, jetzt kommt's nämlich. Von den Berliner Frisuren, Friseuren, die nach den Warschauern einen dritten Platz einnehmen, hätte man freilich ein wenig mehr erwartet. Die junge Mannschaft bemühte sich zwar, ihr Bestes zu geben, doch es fehlt ihr noch an internationale Erfahrung. Nur der neue Berliner Meister Michael Umlauf war ein ebenbürtiger Partner. Du bist ja von Erfolg zu Erfolg geritten. Wahnsinn. Ja, gebe ich den mal wieder. Da lacht er verschmitzt in sich hinein, der Micha Umlauf. Die habe ich zweimal im Jahr neu rausgebracht. Die habe ich zweimal im Jahr neu rausgebracht. Die habe ich in jedem Salon, so ein Stapel zu liegen, für die Kunden. Ah. Bitteschön. Kann ich mich dran einmachen, sogar? Ich habe leider bloß keine mehr, die ich hier lassen kann. Ne, ist egal. Ich habe noch 10 Stück, das sind die letzten, aber immer auch von verschiedenen Jahren. Wir haben es ja hier zum Aufklappen, weil es mir gut tut. Naja, hier haben wir noch ein paar ausgefallene Frisuren. Es kommt hier auch alles wieder, oder? Ja, ja. Jetzt haben sie wieder die Schlaghosen sind wieder da gewesen. Dann gab es wieder diese... Die weiten Hosen. Ja, die weiten Hosen. Dann hatten sie wieder die Schulterpolster jetzt. Jetzt sind hier lauter Text dazu. Ja. Für die Kunden. Und jetzt sind die Geschäfte, in denen es diese gab. Da könnte man sich das auswählen dann. Alles dabei. Cottbus, Spreegalerie, Kornburgsstraße, Erfurt, Arno, Rostock. Acht auf der Kröpi, warst du auch? Ja. Ja. Toll. Da hast du aber in dem Sinne einen ganz schönen Lebensleistung. Lebensleistung vollbracht, so. Lebensleistung. Ja, naja. Das habe ich auch alles selber fotografiert. Ah ja. Die Fotos. Alles selbst gemacht. Ja. Dann habe ich immer Mädels gesucht aus dem Laden. Das sind alles, die hier drin sind, sind alles Lehrlinge oder Mitarbeiter. Ja. Dann habe ich die abends bei mir im Laden da unten im Lehrlingskabinett, da hatte ich ein Fotostudio hinten drin. Dann haben wir uns Dienstags da getroffen und dann habe ich ein paar Versuchen gemacht, alles fotografiert und dann nächste Woche nochmal, bis dann abends mir voll war. Ja. Also es darf nicht langweilig werden. Nein, nein. Nein. Bei mir auch so. Deswegen sitze ich ja hier jeden Tag, jeden Freitag, jeden Tag sage ich schon. Jeden Freitag 18 Uhr mit jemand anderem am Tisch. Und ich freue mich, dass du heute da warst. Wolltest du noch irgendwas sagen, was wichtig ist? Nö. Nö. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber der Wein ist wirklich gut. Der hat so einen... Hat so einen Nachgeschmack. Der hat so einen Nachgeschmack? Wo kommt das her? Das ist die Traube. Das ist phoenix und solaris, sind Beides Reben, die speziell für Schweden und Norwegen gezüchtet wurden. Achso, deshalb. Auch wegen der Witterungsverhältnisse. Der Wein, der braucht ja auch nicht so viel von. Den muss man dann auch計ряд nicht gießen. oder oder doch na ja in der ersten zeit schon bedeutet in den ersten jahren dann muss ja der geht ja bis ins grundwasser ja die wurzeln werden 27 meter tief durchschnittlich aber bei uns ist ja bei acht meter schon ton ja und da steht ja schon wasser deshalb ist es gar nicht so schlecht wenn man hier wein anbaut richtig geht schneller in diesem sinne bau nicht wein an das ist die zukunft also in ratter haben sie mir reden ihr zeigt jetzt vorgestern als wir da waren die zwei jahre alt waren und wo schon solche trauben dran hängt recht ja jetzt habe ich nicht geschafft meine haben erst mal nach drei jahren also so wie lange machst du das ist eigentlich schon zehn jahre und der wein wird immer besser oder kann man das nicht zu sagen der war auch schlecht weil kinder dran war alles abgefressen wir machen jetzt seit vier jahren netze richtig einspannen oben zu unten zu unten habe ich sie vor drei jahren nicht zu ihm machen ja da waren die waschbären maler und so machen und waschbären rein also und die vögel fliegen von unten rein also unwahrscheinlich und jetzt machen wir also diese haben wir erst mal komplett zugemacht aber eben 14 tag zu spät naja und westen kommen da bestimmt auch ne ja klar westen kommen auch aber das ist nicht so aber die westen sind noch nicht mit august waren die nicht so schlimm die waschbären fressen alles weil die zu glück sind kannst du wahrscheinlich biebeln die sogar den knoten auf unten so klug wie die sind in diesem sinne ich bedanke mich dass du da warst habe ich gerne gemacht ein riesen unternehmen gehabt also ich meine friseur für mich hat jetzt nicht so viel von der frisur her gebracht aber gut vom gespräch war es allemal schön danke